Meine Damen und Herren und wiederbekommen... Zurück zu, ähm, Life is Strange. Danke. Ha, ich hab bei der ersten Moderation, hab ich den Namen des Spiels vergessen. Peinlich. Blackwell ist nicht so groß, aber es fühlt sich sicher wie ein Labyrinth. Warren, Warren treffen, der uns dann so einen Flash Drive geben wollte. Also wahrscheinlich eine Festplatte, wenn ich das richtig verstehe. Und ja, das ist unser Ziel, das werden wir auch jetzt gerade machen. Ähm, ich will mir erst nochmal hier alles anschauen. Ah, schön. Hi, Frau. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Don't let's pick... Ach du Scheiße. Ja, okay, nee. Das, äh, gucken... Slate. Taylor is a slave. Is this a Vortex Club or a Victoria Club Initiation? Truly pathetic. Das ist so krass, wie die halt einfach mal alle gegenseitig so scheiße zueinander sind. Redrum. Oh, kennt ihr das? Redrum ist von, ähm, na, Stephen King. Von, äh, Shining. Redrum. Wenn man das rückwärts liest oder gespiegelt, heißt es Murder. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Ja, äh... Raum 271 ist halt eben auch bei Shining der Raum, wo halt echt kranker Scheiß abgeht. Aber guckt's euch selbst dann, zumindest den Film. Ich würde gerne ein Fotokollage machen, von jeder Person, die diese postet hat. Mann, Leute hier sind mirselös. Mirselös? See Kates Video for Proof. Äh... Can you hear me? We all... Was wollen die denn mit der Kate auch als die Kleine? Die hat auch gar nichts gemacht. Stomp, ähm, Bigfoots. Dane ist still a cheerleader at heart. Was ist das denn? Juliet, read this week's edition. Juliet, extreme reporter. Die haben hier wirklich alles voll gemacht. Das ist ja krass, ey. Ah, ist schon wieder das fehlende Ding. Was ist das denn? Toilettenpapier? Looks like nobody won this TP-War. There's nothing left but ghosts. Nicht nochmal. At least that's an alarm from this century. Okay, Max Room. Ist das denn Missing? Das kennen wir schon, Bord. Okay, das sind ein paar Regeln. Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Thanks for the warning. The Vortex Club. Schauer. Kann ich da rein? Nee, leider nicht. Schauer, open. Ja, Mann! Ich will da rein. Was gibt's denn da? Nicht viel. Ich bin ja froh, dass es kein Horrorspiel ist. Ich bin ja wirklich froh, dass es kein Horrorspiel ist. Hätte ich jetzt gar keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Ist das ein Slate? Will bang... Oh Gott. Okay, das ist einfach mean und stupid. Das wird eine Konsequenz haben. Ein Peace-Zeichen. Echt jetzt. Okay, von mir aus. Gut. Max Room, da gehen wir gleich rein. Was ist hier? Wie schade. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe nichts zu sagen. Oh nein. Be a zombie. Oh Gott. This is like the public DNA of our dorm. Don't let depression keep you down. Meat is still a murder. Oh Gott. Girls night out. Oh Gott, ist das witzig. Slate. Steht hier. Oh Victoria, gib mir einen fucking Break. Gandhi. Da ist nix drin. Ich will da nur mal reinschauen, so ein bisschen. Ja, wir haben uns ja jetzt im letzten Part mit Victoria, haben wir uns wieder versöhnt. Was ist das hier? Slate. Da wollte ich... Was ist das Poster wirklich, zu mir sagen? Ich weiß es nicht. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Was steht denn hier Slate? Warren should be all overbrook. They're perfect for each other. Yippie yay yay. So, Max Room. Kann ich da rein, oder was? Geil. Home sweet home. My favorite cocoon. Ich bin so witzig. Natürlich ist das mein Zimmer. Max... Oh, ich habe jetzt an einen Typ gedacht. Also manchmal bin ich echt nicht auf der Höhe. Es tut mir leid. Oh, wir haben eine SMS von Mom. Oh. Ja. Okay. Der hat also unser... Wie heißt es? Unser Schulleiter, sage ich jetzt einfach mal, oder Universitätsleiter, hat unserer Mutter, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eine E-Mail geschickt. Und ihr das erzählt, was wir ihm erzählt haben. Ja, unsere Mutter ist jetzt gerade ein bisschen, naja, nicht pissig, aber ein bisschen in Sorge. Und sie hätte halt gerne, dass wir sie in kürzester Zeit, also as soon as possible, zurückrufen. Das ist kein Problem, können wir machen. Wenn ich püste, wie? Ja, Tatsache. Was ist das denn jetzt, das Foto? Happy Birthday, Maxine. Ach, Maxine heißt sie sogar richtig. Well, never forget the day you were born and your first smile. It was love at the first. Ich glaube, das muss sich ja jetzt nicht unbedingt übersetzen. Ich glaube, ihr wisst, was das alles bedeutet. Auf jeden Fall ist, oder sind Max Eltern noch zusammen. Das ist halt echt praktisch, weil in so Situationen könnte man denken, dass die Eltern getrennt sind, aber doch, so ist es eigentlich ganz in Ordnung. So, wir haben jetzt noch hier das Poster. Das können wir anschauen. Weiß ich nicht, aber ich mag es nicht. Also, ihr könnt jetzt auch gleich ein bisschen Gitarre spielen, das machen wir gleich. Wenn das jetzt auch eine Konsequenz ist. Ich kack mich ein. Entschuldigung. Ich kack mich ein. Okay, das ist ja echt witzig. Ein bisschen Gitarre spielen. Du könntest doch auch erstmal die Tasche weglegen. Wäre vielleicht bequemer. Lasst uns ihr doch mal kurz zuhören. Das ist schon mal kurz zuhören. Musik Ich verstehe ja nicht so viel von Gitarre spielen, aber ich glaube ihre, äh, na, eine Hand weiter vorne an der Gitarre hätte sich ein bisschen mehr bewegen müssen, als sie es eigentlich getan hat, aber ich habe ja keine Ahnung von Gitarre spielen. Warren hat mir sogar ein kleines Message mit seiner Flashtrie. Er ist so ein Guffball. Drive R of Graphic. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Ich glaube aber, es ist, ähm, auf unserem Laptop. Also, alles gut. Ich glaube, wir können mal uns erst anschauen. Ach komm, du bist 18. Ich glaube nicht, dass du so mega viel Stress hast. Krass, okay, wir haben schon mal, äh, cool. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Hälfte von den ganzen Bildern. Was mich halt wundert, ehrlich gesagt, wie ist das Bild entstanden? Ich meine, das Bild, was sie zerrissen hat, das ist ja hier so gewesen. Wie hat die die Kamera von hinten gehabt? Und dass ihr Kopf da vorne ist, weil eigentlich saß sie ja hier. Und die Kamera hätte ja dann an der Wand befestigt sein müssen, aber ich sehe da jetzt ehrlich gesagt kein Regal, wo es hätte draufstehen können. Und, ach, egal. Die Max Caulfield Photo Memorial Wall. Ich finde die super, die Wand. Was haben wir denn hier drin? Ja, das ist ja Chloe, die beste Freundin, von der ihr schon Bescheid wisst, habe ich ja im dritten Part erzählt, also zumindest aus dem Tagebuch. Das habe ich ja zusammengefasst, ihr wisst das ja noch. So, okay, dann gucken wir mal. Boah, mach an. Das sieht aber echt cool aus. Ich mach mal doch die Musik aus. Kann ich mich jetzt leider nicht konzentrieren, es tut mir leid. Danke. Was haben wir denn noch hier? Ich möchte halt, ich hoffe, euch langweilt das nicht, aber ich möchte halt alles mitkriegen, was mir mitkriegen kann. Von wem ist denn das Ding jetzt nochmal? Die. Great. Now I have to go get the flash drive from Danas room. Danke. Somit hätten wir das auch geklärt. Haha. Was kann ich denn hier machen? Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Ach, das ist das Bild, was der Junge da bei dem Baum von uns gemacht hat. Wie cool. Ich glaube, das soll hier so ein kleiner Facebook-Abklatsch sein. Das könnt ihr ja selbst übersetzen und lesen. Kamera-Porn-Worker-Alter, ich kack mich ein. Was haben wir denn hier bei dem Fotoalbum? Philipp Lorca de Korsha, mein Mann. Ich glaube nicht, dass ich meine Kamera zu diesen Plänen nehmen kann. Schau an diesen Schuss. Ich liebe Julia Cameron's Viktoria-Vibe. Habt ihr über Analog-Kameras. Ah, Dolly, was ein fantastisches Eindruck. Er könnte wirklich Zeit freestalten. Ja, wie gesagt, ihr merkt schon, hier dreht sich, ach, ich dachte, hier wackelt gerade was. Wie ihr schon merkt, hier dreht sich halt echt alles um Fotografie und so weiter. Was kann ich jetzt hier machen? Wenn ich nicht durch einen Schussschaufer schaue, dann schaue ich durch ein Fenster. Sempre schaue. Ach, kein Scheiß. Okay, ich glaube, wir können uns jetzt erst einmal hinlegen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Mal ein bisschen schlummern. Oh, es fühlt sich so schön, einfach zu relaxieren. Das ist so schön, dass es so dumm Bizarre ist, und es fühlt sich wie es weitergegangen ist. Vielleicht werde ich jetzt einfach aufwachen und herausfinden, dass ich all das alles träumen habe. Oder wie Po sagte, ein Traum in einem Traum. Sagt bloß, ich muss jetzt aufstehen. Ich muss wirklich aufstehen. Und sein nächstes Ziel ist es ja... Power Step? Torn auf. Was hat das jetzt gebracht? Jetzt kann ich die Dinge jetzt nicht mehr anmachen, gell? Ach so, das war nur für das... Okay, 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 okay. Das war ja nur für das Licht. Komm, ich will das Ding wieder anmachen. Danke. Sieht auch schon viel besser aus. Ja, ich glaube, wir hätten jetzt hier eigentlich alles erkundet, oder? Gut, dann war das hier ein kleiner Exkurs im Max Room. Dann würde ich nämlich hier nochmal einen kurzen Schnitt machen. Und ja, im nächsten Part geht es dann direkt weiter, meine Freunde. Dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, haut rein.